sechs runden das kann das also es wird wieder so ein rennen werden wo das wenn alles weg die leute jetzt zehn runden gemacht muss 50 wieso eigentlich ich ja wieso schießt ich immer alle ab baby rocker die jetzt die hier noch geschossen was ich glaube dass er in dem rennen davor wo ich vorne war es du mich auf das einzig liebeste nicht reingefahren auf mich abgeschossen und deswegen aber alles gut es war was grüne ist also kannst du gewesen sein das habe ich jetzt gesehen jetzt was baby ja und ich habe keine absicht wie schnell ist kräfteln bitte aufholen wusste immer gedreht hat mir verloren ziemlich schön mit schatten das ist kein problem also wirst du auch gerade wieder an mir vorbeikommen ich versuche mich jetzt gerade das ist der zweite da vorne baby wir ziehen uns gerade mal im windschaften mit deswegen kommen wir auch wieder ran wir werden jetzt gleich von zwei seiten überholt wir sind zu dritt hier gerade aufeinander ja genau bei der arbeit es ist zwei streiten freundlich der dritte ja genau die wir einfach bei der abräumt markus gewinnt da vorne das rennen gut dass ich da gewinnt es ja wohl das muss nichts heißen das ist nicht weit weg naja aber du brauchst schon lange bis du aufholst was ist das wenn wieder so geil die bremsspuren von euch auf der ersten kurve aber ab jetzt davon ich kann auch ganz du hast zweimal versucht bis zu treffen er hat mich auch getroffen sein ja ich bin aber genau der bei der spur geblieben wir sind im moment wurde rübergezogen ist hast du dich im arsch weg gedreht ich bin nur bei der spur geblieben ich war die ganze zeit schon an dir dran ich warte auf dich baby du weißt was jetzt passiert ich komme jetzt mal klopp ich wieder oder ich alleine ich bin eigentlich wirklich nach meiner spur geblieben in der situation wie kann es denn sein dass die zeit aufbaut ist aufholen aus ich habe an ich habe nur eigene fahrzeuge ausgemacht weil du bist von 14 auf 17 sekunden weg und baby von 17 auf 35 ich habe aber auch wollen nicht ausgemacht ich habe nur eigene fahrzeuge ausgemacht ich komme nicht näher dran ich komme nicht näher dran wundert mich ja gerade selber aber ich habe nur eigene fahrzeuge ausgemacht ach gott du hast du der scheiß box abgebremst das ist die kalibration das ist die kalibration jetzt also entweder war das mit den autos nicht so oder auch von bahn nette position oder worts wende naja ich brauche nicht weiter fahren wenn ich erst mal weg gerammt habe es quatsch war keine absicht aber ich glaube du bist rüber gezogen ich war schon leber neben dir keine absicht ich wollte auf dich warten aber du bist dann auch stehen geblieben also ich kann das nachher dann gerne noch mal nach checken in meinem stream links aber ich habe eigentlich nur eigene fahrzeuge ausgemacht ich habe auch ruhig ausgeschaltet das einzig was sein kann ist das beim erstellen der das aufholen automatisch aus ist aber wir haben ja durch die windschatten uns immer wieder aufgeholt du kannst ja wenn du so ein renner stellt auch das aufholen automatisch ausschalten ja das war also es war wirklich nur mit windschatten kamst du da dran aber ich bin nicht so eine gefahr markus nicht egal ich krieg mal 0 punkte juhu danke kevin warum ich du bist wie gesagt du bist handy du bist rüber gezogen in der kurve und ich war schon da und dann hast du dich hinten weg gedreht man hat ich habe nichts gemacht die 0 punkte hast du bekommen weil du nicht beendet hast das habe ich letztes mal auch schon gehabt jetzt haben wir uns alle wieder lieb ja 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 ja